Ja, heute am 7. August 2021 können hier wieder Kinder schaukeln. Das war hier mit einem Zaun umgeben vor einigen Monaten. Das war abgesperrt. Und jetzt können Kinder endlich wieder schaukeln. Und das machen sie auch. Ja, jetzt könnte ich noch eine Stunde weiterfilmen. Ja, wenn Kinder lange nicht geschaukelt haben.